Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil der Excel-Bibliothek. Im heutigen Video wollen wir uns einmal die Wochentag-Funktion anschauen, die, nach ihrem Namen benannt, auch eigentlich schon alles erklärt, was sie macht, denn sie überprüft ein Datum und gibt uns dann den Wochentag zurück. Allerdings ist das nicht so, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Wir werden das an dieser Stelle einfach mal prüfen, indem wir das heutige Datum ausgeben lassen und dann mal überprüfen wollen, welcher Wochentag denn heute ist. Eigentlich nicht schwer, weil man weiß es, aber es können ja auch gewisse Daten in der Vergangenheit sein, wo man das nicht weiß, wo man das überprüfen müsste. Das heißt, wir geben jetzt an dieser Stelle einfach mal den Wochentag ein, öffnende Klammer und dann unseren Bezug. Das heißt, wir brauchen ja ein Datum, das können wir auch direkt eingeben, aber ich mache es lieber über einen Bezug, denn dann können wir das gleich leichter ändern. Semikolon und dann müssen wir einen Typ angeben. Und da haben wir jetzt jede Menge Auswahl. Denn es ist jetzt nicht so, dass standardmäßig festgelegt ist, Montag ist 1, Sonntag ist die 7, sondern man kann das anders machen. Das heißt, auch der Starttag kann ein anderer sein. Zum Beispiel könnte unsere Zählung auch bei einem Donnerstag starten. Braucht man als Privatperson nicht, ist vielleicht für Unternehmen etwas wichtiger. Ich finde Typ 2 immer noch am einfachsten, denn Montag ist die 1 und Sonntag ist die 7. Das heißt, wir geben hier hinter dem Semikolon eine 2 ein, eine schließende Klammer und bekommen ausgegeben 4.01.1900, was uns jetzt nicht viel bringt, denn hier muss man noch das Format umstellen und zwar hier oben von Datum auf Standard. Und das ist das, was uns der Wochentag ausgibt. Also nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich gebe diese Wochentagsfunktion ein und es wird mir gesagt, das war ein Montag, ein Dienstag, ein Mittwoch, etc. Sondern ich bekomme nur eine Zahlenausgabe. Man ist, wie gesagt, durch diesen Typ, den man eingibt, sehr flexibel. Ich habe es jetzt einfach mal im Standardformat gemacht, meiner Meinung nach, bei der Montag der 1 ist und Sonntag der 7. Und dadurch weiß ich jetzt, durch 4 ist ein Donnerstag. Allerdings möchte ich da jetzt noch ein bisschen weiter gehen, denn was nützt es mir, wenn hier immer nur die 4 steht? Ich möchte, dass wir am liebsten ausgeschrieben haben. Dafür gehen wir einfach mal in die Zelle B5. Da habe ich nämlich schon etwas vorbereitet. Wir geben den Wochentag noch einmal ein, beziehen uns wieder auf unser heutiges Datum, geben wieder den Typ 2 an und eine schließende Klammer und wir bekommen hier hinten den Donnerstag ausgegeben. Das liegt in diesem Fall daran, dass ich hier schon eine riesige Wenn-Funktion eingegeben habe, die prüft, ist unsere Zelle B5 denn eine 1, dann wäre es ein Montag, ist es eine 2, dann ein Dienstag und so weiter und so fort, bis eben zum Sonntag und so kann ich das alles bearbeiten. Natürlich könnte ich das auch alles in eine einzelne Formel klatschen. Das heißt, dafür müsste ich den Inhalt meiner Zelle B5 einfach noch mit in die Wenn-Funktion klatschen. Das heißt, ich ersetze die Zelle B5 in meiner Formel durch Wochentag bezogen auf die Zelle A2. Sieht jetzt an dieser Stelle recht kompliziert aus, ist aber eine ganz einfach verschachtelte Wenn-Funktion. Wie gesagt, immer in den Sonstwert einfach noch eine weitere Wenn-Funktion, bis man alle Tage abgeklappert hat und dann funktioniert das an dieser Stelle auch. Wichtig ist, wenn man diese Funktion benutzt, dass man sich auch irgendwie auf die Wochentag-Funktion bezieht, denn ich kann jetzt hier natürlich auch eine 10 eingeben und dann hat meine Funktion, die ich hier eingeben habe, keine Relevanz mehr, denn die geht nur von 1 bis 7. Also wie gesagt, ich habe es jetzt hier einfach nur mal einzeln gehandhabt, aber ich kann genauso gut diese Wochentags-Funktion auch noch in eine Wenn-Funktion einbinden und dann kann ich dieses Format durchaus in einer Zelle unterbringen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und geholfen und wir sehen uns im nächsten Teil der Excel-Bibliothek wieder. Bis dahin, euer Schawo. Ciao!